Hier ist noch eine alte Taschenuhr, und auch die Städter, Remontor, Zylinder, 6 Rupien. Das sind verschiedene Seriennummern und verschiedene Reparaturzeichen. Das Werk selbst läuft jetzt nicht. Es lässt sich nicht richtig aufziehen. Es scheint irgendwie die Verbindung von der Feder zum Werk abgebrochen oder unterbrochen zu sein. Gleich strohsahnes Ziffernblatt. Ziffernblatt. Vielen Dank. Vielen Dank.